Also mich hat das Hashtag auf jeden Fall seit einem Jahr ungefähr begleitet. Das haben wir ständig gesehen, oder? Bei Facebook. Mega. Es war immer da. Es entspricht eigentlich so ein bisschen dem Zeitgeist. Kurz, prägnant, kreativ. Und es war für mich eigentlich die Buko 2017. 2007 war auch schon gut, aber 2017 top das ganze Leben. Also ich fand es immer witzig, neue Fotos zu sehen. Ich meine, das Hashtag ist ja um die Welt gereist teilweise. Und das hat mich total fasziniert. Wo war das Hashtag überhaupt? Überall, im Urlaub und auf irgendwelchen Konferenzen. Also ich war immer neugierig, welches Foto kommt als nächstes. Ja, und das Hashtag war ein bisschen personifiziert auch ein bisschen. Da wurde das Hashtag zur Person. Was es ganz sympathisch gemacht hat. Ich meine, jeder macht ja den hier. Es ist nicht nur irgendwie ein Foto gewesen oder irgendwie so ein Werbelogo oder so. Sondern jeder hat es gemacht. Genau, das machen wir nochmal. Hashtag CGM 2017. Ichxx, weil das war ganz nah, das war, okay so ganz, was du sagst, schön, dass ich hier ganz mal, wenn das ist und nicht bevühlt. socket und nicht, wennAKE dig Мы nicht vieles Thank, was ich k Duske, Vielen Dank.